Ich verstehe einfach nicht, was in hier vorgeht. Die Ergebnisse von der Fruchtwasseruntersuchung sind gekommen und... Und? Sie haben wirklich alles Niemögliche getestet. Und das Kind ist gesund. Wie toll. Sie ist... Wie soll ich sagen, ich habe gedacht, wenn diese Unsicherheit erstmal weg ist, dann... Du preisst es dir. Dann ist es noch mehr. Ich habe das Gefühl, du bist das Kind. Sie schont sich nicht zu machen. Arbeitet länger als du dichst. Achte dich auf Borenen und solche Sachen. Und tut so, als wenn du dir nichts wirst. Und gefährdet damit das Kind, verstehst du? Das ist doch nicht... Das ist doch auch ein... Nicht nur ein ... dem Lachen. Das stimmt. Das ist doch nicht. Ich hoffe, du bist das Kind. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020